Das Bildungszentrum St. Bernhard in Wiener Neustadt wird 45 Jahre alt. Wir haben Teilnehmerinnen, Referenten und Referentinnen und Kooperationspartner gefragt, was sie vom Bildungszentrum halten. Das Bildungszentrum St. Bernhard ist für mich aus Wiener Neustadt nicht wegzudenken. Und was ich so schön finde, ist, dass Jung und Alt sich hier trifft. Das Bildungszentrum St. Bernhard ist ein sehr offenes Haus. Man fühlt sich willkommen geheißen, wenn man hierher kommt. Man wird gut angehört und es wird etwas Gutes daraus. Es ist eine sehr schöne, moderne Einrichtung mit sehr vielen lieben Angestellten. Wir sind immer vom kompletten Personal sehr nett und liebevoll empfangen worden. Es hat nie irgendwie eine negative Erfahrung gegeben, wenn wir irgendwelche Zwischenfragen hatten. Es wurde wirklich alles beantwortet. Wir sind nie irgendwie von einem Modul nach Hause gegangen und es waren irgendwelche Fragen offen. Und es war eigentlich nie langweilig. Also es wurde wirklich auch sehr gut gestaltet und wirklich, es war ein nettes Zusammenkommen immer. Ich mag einfach die Buntheit in diesem Haus, die Vielfalt und ich schätze die Weltoffenheit. Also es ist wirklich ein Platz, wo man echt seinen Horizont erweitern kann. Ich glaube, dass ein gewisser menschlicher Faktor hier im Vordergrund steht. Also dieses Umgehen miteinander sind, glaube ich, auch die Themen, die dort behandelt werden, dieses sich in jedem Alter auch weiterbilden zu können. Also das ist, glaube ich, fantastisch. Für mich ist es einmal so eine Atmosphäre, die so ein bisschen Zuhause vermittelt, die ein bisschen Wohlgefühl verströmt, wo man das Gefühl hat, hier gehört man her. Für mich ist es etwas sehr Wichtiges geworden, wo ich mich wohlfühle, wo ich Freude habe und alles weiter empfehle. Es gibt eine Menge von Veranstaltungen, ganz vielfältig für die Seele, für den Körper. Es strahlt eine gewisse Ruhe aus, eine Offenheit, Freundlichkeit und auch immer die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren. Die Angebote im Bildungszentrum sind sehr umfangreich und es ist ein Angebot, das nicht alltäglich ist, weil es nicht im sogenannten Mainstream ist. Es sind aber ganz zentrale Anliegen aller Menschen und Themen, die, weil sie vielleicht nicht so angenehm sind, für das erste ein bisschen an den Rand gedrängt werden oder verdrängt werden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Umgang mit älteren Menschen oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen hernehme, gerade da gibt es sehr viele Betroffene und es ist großartig, dass hier auf eine sehr sensible, aber auch fachlich ganz hochstehende Ebene darauf eingegangen wird. Das Bildungszentrum bietet ja uns allen und mein Mann und ich, wir sind ja schon seit vielen Jahren dabei und finden immer wieder Vorträge, Seminare oder sonstige interessante Dinge, auch in der Partnerbeziehung und so weiter, das eigentlich wirklich sehr, sehr wertvoll ist für unser Leben. Ich finde ganz toll, dass ich dort so viele andere Vereine auch treffe, den Filmklub, Kultur, Gut, Natur, die Radlobby, den Attac, das finde ich super, dass ihr einfach offen seid für ganz viele, die heute in Wiener Neustadt tätig sind und an einer gerechteren Welt arbeiten. Wie umfangreich, vielfältig und gut das Programm ist, was ihr geboten wird im Bereich der Erwachsenenbildung. Und da glaube ich nicht, dass es etwas Zweites in Wiener Neustadt gibt. Deswegen finde ich das gut und wichtig, dass es diese Einrichtung hier gibt. Du, mir gefällt es jedes Mal, wenn ich unten beim Eingang reinfahre, denke ich mir, das ist so ein Ort der Geborgenheit und der Begegnung. Und gerade gestern, wie ich wiedergekommen bin, habe ich gedacht, ich arbeite hier wirklich auch gerne. Und wenn man hier die Räume betritt, dann sind das so helle, freundliche Räume. Und es empfängt einem auch so eine wohlige Atmosphäre. Und ich denke mir, das ist auch den Mitarbeitern zu verdanken hier. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und egal, wann man kommt, die sind immer irgendwie gut drauf, sind immer professionell. Sehr guter Service und nicht nur jetzt, was das Finanzielle und das Ambiente betrifft, sondern auch die freundliche Betreuung, sage ich mal. Das andere ist, dass es auch sehr vielfältiges Angebot anbietet. Vor allem, was unser Interessensgebiet betrifft, also sozio-politische Themen, sei es religiöse oder auch Umwelt oder auch politisch. Na klar ist beim Bildungszentrum St. Bern hat die Breite einfach eine ganz andere. Also von der Spiritualität über die Gesellschaftspolitik bis hin zu wirklich fachlichen Ausbildungen, Kindergärtnerausbildung und Zeit für Stille, ja alles, alles vorhanden. Weil es wird auf die Person eingegangen. Also ob das jetzt zum Beispiel auch in unserem Kurs welche sind, die nicht mit der deutschen Muttersprache aufgewachsen sind, es wird ihnen geholfen, es ist wirklich eben ein Zusammenarbeiten und ein gegenseitiges Helfen. Und es ist immer ein freundliches Gesicht. Und es ist wirklich nicht jetzt, dass ich kann es, sondern ich helfe dir. Und das ist sehr wichtig. Und das Gefühl hast du wirklich vom ersten Augenblick angehabt. Es wird etwas geboten, was für dein Leben sehr wichtig ist oder sein kann. Und die Kurse sind eigentlich auch finanzierbar für jeden, würde ich sagen. Wenn du Lust und Zeit hast, an sich zu arbeiten, dann ist es empfehlenswert. Ich habe vieles gelernt in den paar Wochen, also zwei Wochen. Und nehme auch viel fürs Leben mit, weil es einfach, also auf einfache Art und Weise, also auf menschliche und auf gleicher Ebene behandelt wird als Kurs. Also Kurse lernen, ohne Zwang, also einfach mit Freude und Spaß daran, dass man einfach mehr davon möchte. Vielen Dank.